hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge troy saga beziehungsweise total war saga ja wird zeit für uns immer die zurener geht hier runter heißt es wegen der besatzung die besatzung tut sich eigentlich gut wenn ich da weg geht es nicht schlechter zur region kommt es in 17 1 pro hunde ja 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 nicht so geil ich weiß ich weiß und hier natürlich das verbessern und da wollen wir natürlich gucken dass wir mit diesen einheiten den hier einfach umklatschen und dann müsste das sich auch gehabt haben dann ja sollte sollte klappen nebel eingeschränkte sehen vielleicht haben wir das müssen werden wir hier wirklich warten wird dort jetzt checkt der haut ja wie er merkt ich bin der pause gemacht jetzt bin ich wieder ein bisschen frischer kommen wir auf der geschwindigkeit machen damit ein bisschen schneller geht quadruple geschwindigkeit jetzt bin wir unsere neuen wert plenker verstehe echt ob unser held greift er an ich trompele youtube das hey nachher zu gut jetzt klatschen um hat das hat es eine verluste und der gegner 16 gekillt sehr gut sehr schön moral ich habe was es braucht ja das weiß ich so so jetzt gucken was ich gucken wollte ist wir können hier neu bauen hellen eben hauser wachstum ein schuss in der provinz wollte ich hier mal gucken das wirkt nämlich eigentlich ganz cool und bei hier muss man gucken krieger von ithaka mittelschwer die ich habe die schwere fläche nicht möglich weil es hauptsächlich hoch geht es geht nicht hoch ich will dafür nicht genug gold haben und nicht genug das haben okay holz gold wohnen das holz ist teuer schreitwagenfertigung ein wachhaus stellt garnison bereit vielleicht gar nicht so schlecht ich habe es nicht noch mal drauf glaube ich wird irgend so ein handelsgeworden von er schreitwagen ich habe das so ich habe das schreibe ich habe das Expedition freude hier die höchste stufe erreichen aus so grau ach so weil ich nicht dran bin der automatisch läuft hätte ich mal lieber nicht getan mit dem weil ich jetzt hier schon egal 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 ja mit wem euch dafür stärker als die immer zu und dann können wir nicht dass ihr meiner den reinkommt für das dass die vielleicht mal militär wird uns mit reinkommen wasser die weit gelaufen volle kraft schwimmt noch und jetzt wieder darüber lang gehen sollte euch missmutiges geflüster erreichen so verhindert was machen die da diplomatie warum scrollst du denn immer einmal durch die welt geschichte du hast hier und da reich freundlich wir haben nichts angesagt was wir passieren schon geht was ja sehr gut die fliehen was sei den protektor wird dies ist mein journey beginnt man gibt es hier eigentlich kein ding sehen wir das einfach noch nicht was wir haben oder vermutlich ne was ist das denn gold ah das sind voll eigentlich waren wir am besten wäre kaito aber den werde ich wahrscheinlich nicht haben will nein verpiss dich doch man warum musst du denn immer irgendwo hinscrollen das geht doch so das doch so dumm schutzbündnis haben wir ein show das ist als plenty to say of service sehr schön man ich wollte nicht auf dem ding ja fast mode rein dass das geht und dann gucken wir mal sie haben ganz gutes militärbündnis hier ja ja das interessiert mich ehrlich gesagt nicht kaum gold gold ist der wohl größte schatz der erde der mühselige abbau dieser ressource nein nicht abreißen wollte ich nicht plenker Ah, vun. So, wir sollten hier Diplomatie mit uns machen, also eigentlich hier runter zu der Insel. Plus neun Zufriedenheit, das klingt gut. Ah, die Affäre ist der einzige noch, der hier noch drauf ist auf Elis. Mit dem sind wir verbündet, oder? Ja. Kann ich dann hier... Das ist nicht eine Siedlung, kann ich mit denen Handel eine Siedlung kaufen? Äh... Nein, lass mich doch in Ruhe. Was soll das? So, Handeln. Ich bin interessiert in hören, was auf Offer. 2.000 wird das nicht. Das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht, das lohnt sich nicht. Da er zufrieden hat noch ein Minus ist, ist es halt... Hmm. Ich will ja nicht die Gegner da unten platt machen und die da hinten, ich will ja nicht mal Ruhe haben. Ich kann dann meine 20er Einheit eigentlich bald auflösen. Hmm. Pär-Angebote. Nein, ich hab nicht mehr so gescheint für sowas. Holz hab ich echt genug. Hm. Nein. Ist das ein Gegner? Ach, die sind nur verbindet. Egal. Egal. Eine niedergebrannte Siedlung. Ist ein trauriger Ort. An dem nur noch Geister und Erinnerungen leben. Doch das muss nicht so bleiben. Man kann Siedlung neu kritisieren. Born for war. Heading out. Ich wollte nicht noch Stärke sortieren. Ah. Hier. Da. Alright. Wollen hier auf diese Insel. Da unten irgendwo. Königlicherlass noch eine Runde. Gut. Königlicherlass noch eine Runde. Das ist auch cool. Direkt in die Nähe des Feindes. Hm. Dann könnte ich dort meine Armee ausheben. Und den Feind angreifen. Ach. Hier. sehr schnell. Mann. Emm. Mhm. Das ist gut. Kann ich nämlich hingehen und kann das ja noch machen. Ja, ja. Gut. das musste richtig sein das müssen die gegner sein ja ein bisschen zu stark für mich und wo weshalb diplomatiasum auf irgendwen kann man eigentlich eine insel so weit wir kamen aus der welt haben ja 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 Mann, die können aufhören immer die Scheißangebote zu machen, dass es sich für mich nicht lohnt. Ach, Mann. Würdet ihr diesen Handel annehmen? Ich denke nicht. Wir haben eine Schlacht vor uns. Kräfteverhältniss, wie soll ich das? Wie soll das funktionieren? Wieso ist das so gut? Ob die so gut sind, wenn man eine 12 ist? Ach, Leute. Nicht schon wieder. Ich kann eigentlich Auto machen. Ah, schon gar nicht mehr gekämpft. Wir kämpfen. Laden wir. Laden wir, laden wir, laden wir. Ach, ja. Da kommt die gegnerische Verstärkung rein. Das lohnt sich also nicht so sehr. Wir könnten einfach mal ganz viel. Wir könnten einige meine Einheiten hier reinstellen. Mann. Ich werde hier die ganze Zeit angeschrieben. Was soll denn das? Können wir die Einheiten hier reinstellen? Die Einheiten könnten wir hier reinstellen. Und dann angreifen lassen. So. Mit den Einheiten. Hier direkt. Direkte angreifen. Während wir mit denen die hier angreifen. Ja, ein Messer-Kadem. Genau. Nicht plänkeln. Nicht plänkeln. Hinterher. Schön. Eine eurer Einheiten hat keine Munition mehr. Hat keine Munition mehr. Wann dann einfach hinterher. Das passt schon. Dann werden wir die hier mit dem Schleudern umringen lassen. Die, wieso sind die in die Flucht geschlagen worden? Macht wenig Sinn. Hinterher. Ja, die kommen eh nicht mehr. Gut, alle Einheiten, die ich habe. Gibt ihm. Hades hat den feindlichen Helden zu sich geholt. Moment, da war doch noch einer, oder? Ja, auch. Der Flieder, wir müssen den Umringen. Alle waren hinterher. Ja. Ja, Max, Vergeschwindigkeit. Ich wusste nicht, dass er so ein deutlicher Sieg ist. So, der wird die ganze Zeit angeschrieben. Ich habe mein Handy jetzt gleich auf Sturm. Nein, kein Screenshot. Muss man da vorne ganz gut schreiben, wegen der Einkäufe. Und so, wie ich ihn soll. Und Kaufland. Ja, aber ich denke, das passt. Flugmodus rein und fertig. Haben ihn nicht gekriegt. Egal. Entscheidender Sieg. Ach, hab dich. Wollten wir auffüllen. Das ist eine gute Idee, auffüllen. Ja, klappt jetzt euch. Gut. Weiß nicht, wie der Kampf hier ausgehen sollte, aber... Oh, gehen wir weiter hier runter. Ah, ein paar Runden sind wir da. Zwei Runden. Wie geht es hier aus? Mit der Unzufriedenheit? Oh, ist das so schlecht. Ich habe das jetzt nur drei. Ah, passt. Wenn die gleich da sind, die sollen jetzt nicht... Warum kann man hierher zu kaufen? Wenn die gleicher Last passt. Ich bin in den eigenen Provinzen, könnte ich mal höher machen. Das wäre gar nicht schlecht. Ich bin in den eigenen Provinzen, könnte ich mal höher machen. Ähm... So. Nächste Runde. Neue Runde, neues Glück. Ah, Mann. Jedes Mal. Warum muss ich jedes Mal drücken, dass es schnell sein soll? Ah, Mann. Oh, Mann. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, hör doch auf Hm, nicht wirklich was von da Ja Brauchen wir essen einfach Gut, die laufen hier hin, damit wird das verstärkt, das soll funktionieren Da oben, die können wir nicht einnehmen und wir schauen jetzt mal, ob wir was sehen Oh, gerade voll den Tinnitus Gut Bauen wir irgendwas Ja, nichts Irgendwas für Getreide Geht nicht, weil es hauptdemlich hoch kann Da fehlt uns Gold für Nächste Runde können wir spawnen Dann warten wir noch mal eine Runde Weil hier können wir spawnen, aber wenn es kein Geld kostet Das ist okay So, nächste Runde Man Er ist auch schnell Glaube Ich glaube, wir sind auch schnell Bin mir nicht sicher So kann man nicht mehr direkt Ah, Nevermind, da war das Da war das Wandreieck Das Spiel zu langsam läuft Wir skippen durch die Nationen Ding Hm 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 Gut Hm Eigenschaft erhalten, Zufriedenheit Ja, es ist egal Machen wir die Ahnung Erstmal platt Unsere Leute hier verhungern Engage the foe Ja Belagerung fortsetzen Passt mir, ist mir egal Hier Die werden belagert Wenn die ausfallen sollten Die können ausfallen Leute hier Passt Alright Nahrung Jetzt ist sie mir tot Auch Nahrung Ich suche Leute, die mich mögen Ihr mögt mich Ich bin interessiert in zu hören, was auf Offer ist Und zwar hätte ich gerne Wie glaubt ihr denn? Die 5000 So teuer? Der 500 ist nicht zu teuer Okay 1000 ist okay 2000 ist es okay 2000 ist es okay Nein 1500 ist es okay 500 sind 1,5 1000 sind 500 Ich gebe euch dafür Ich gebe euch das Und ich gebe euch dafür Einmaligen Tausch Einmaligen Tausch 800 davon 1000 davon 200 500 700 750 60 100 700 650 Nein nicht 356 150 170 80 90 99 96 98 97 99 Okay Drei weitere Runden Gut Hören wir mehr Leute Äh Müssen wir Äh Warte Ich hätte gerne Ich hätte gerne Auf 100 Es gibt noch 100 so 50 100 70 Irgendwas 150 40 400 40 40 000 Das war Ich freue mich, was du sagen musst. Hundertfünf? 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 Nein. So. Gut. Das ist geschlossen mit wem und ich hab schon überhaupt gar nicht gehabt mit wem schon wieder. Mit denen hier. Blauen. Mit den Zeichen hier. Die hier unten sind. Und die müssen platt machen. Wir brauchen zumindest ein paar Trieböcke. Sonst wird das auf keinen Fall was. Da unten habe ich ja mir aufläuft, ehrlich gesagt. Und die ist halt stark. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Ja. Das ist halt so ein bisschen die Sache. Lass mich jetzt ausnutzen. Ich brauche Nahrung, sonst geht alles drauf. Nein. Fliehen. Gut. Ich will doch noch hier rüber. Kann ja dann da hin, dann ist egal. Ich habe einen Plan. Gut. Gut. Wie sieht das jetzt aus? Ja, die sind happy. Das ist gut. Mann. Hupt total raus. Nicht immer. Mach sie bezahlen. Ich verstehe. Ich verstehe. Ach so. Weiter belagern. Gut. Die könnten wir dann platt machen. Machen wir es aber nicht. 390 ist okay. Dann halten wir noch. 5 Pfunden. Noch mehr als 5 Pfunden aus. Ich habe da noch wieder eingenommen. Bis dahin haben wir das eingenommen, hoffe ich. Und dann soll das kein Problem sein. Was ist denn das immer? Ich denke mal so. Ich bludel da mal ein bisschen vor sich hin. Was ist denn das immer? Ich denke mal so. Gibt mir alles. Ich freue mich, ich kann doch noch die ganze Zeit das neue Gebäude bauen. Ohh.. Es zum Knalls gibt mir alles. Ich muss anfangen, meine Gebäude jetzt zu schauen. Es gibt zwei Sachen, die du tun kannst. Truppen bewegen und Gebäude bauen. Eins davon vergesse ich prinzipiell immer. Oh, sie fallen aus. Alright. Ich könnte das tun. Automatisch. Probieren sie aber erstmal ein, mal schnell speichern. Führen wir das Gefecht selbst. Der Sieg wird ewig hin und her gehandelt unter den Menschen. Das ist wahr. Oh, kriegt der Gegner seine Verstärkung. Wenn die mein Gebiet ist, wenn die... Ich werde das easy gewinnen. Ah, leider nicht. Dann kann ich Truppen hier lang stellen. Leider nicht. Wenn ich hier alle Truppen da hochstelle. Ich denke, ich werde meine Truppen... Lassamt in den Wald hier kommen. Wir gucken erstmal. Ich meine, ich kann natürlich nach vorne stellen und dann gucken und greife mir die Gegner an. Wir stellen sie hier hin und versuchen dann hier rüber die Verstärkung aufzureiben. Wir dahin rennen. Ich denke, das ist der Plan. Der Feind bekommt Verstärkung. Angriff. 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 Und ihr darüber. Angriff. 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 Ja. Oh, die haben richtige Bögen und Armbrüste. Oh, Lust ist natürlich ein bisschen optimal für uns. aber das sind alles herrkampfeinheiten die da sind links der feind hat eure versteckten einheiten entdeckt das sieht doch gar nicht so schlecht aus hier nur das ist so wie sieht hier aus alle auf den musst du ja 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 das ist halt diesen ein bisschen scheiße wir sind zu sagen wie die ganze karte realistisch ist also eine realistische karte ist oder was man rüber reiten könnte um aber nur die grenzen immer anders setzt ich habe es alle kreger sammeln sie Sehr schön. Sehr schön. Ihr macht weiter hier, ja, fängt ihr noch um. Irgendwann, so, maximale Geschwindigkeit, er hat noch ihre Befehle. Guck mal, ob du da jemals von dem Traum hast. Ja, sehr gut. Wir haben 201 verloren und wir haben 360 verloren. Wir haben noch 63 und wir haben noch 800. Wir müssen zu Einheiten aufhören. Die Sion ist halt tot, jetzt oder nicht? Geht an sie! Halt sie jetzt! Ausstellung starten. Die Mauern dieser Stadt wirken zwar mächtig. Das wäre auch eine Möglichkeit, wie gesagt, hier und dann dahinter. Ein Rambock ist eine Unter. Unterschiede. Vorwärts bringt die Belagerungswerke nach vorne Einige Positionen sind für den Sieg entscheidend Vorwärts. 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 Der Feind hat eure versteckten Einheiten enttickt. Der Feind hat die Tore eingenommen. Der Feind hat die Tore. Der Feind hat die Tore. Sieg. Das war's. Start eingenommen. Na dann. Wenden wir das Gefecht und teilen unsere Truppen damit. Der Gegner hat 61 Leute aufgestellt. Wir haben so viele trotzdem verloren. Aber gut. Wir haben eine Belangerung gespielt. Hui. Meine Gefangenen. Sieben. Weiter. Wir setzen die Stadt. Not a chance. Schöön. 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 gut das sieht doch mal gut aus ich denke das ist ein guter Moment um mal hier ein Cut wieder einzulegen und dabei schon wieder eine Stunde am aufnehmen ich bedanke mich fürs Zuschauen wir sehen uns in der nächsten Folge wieder machts gut, haut rein bis dahin, tschüss